Jo, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Assassin's Creed 1. Jo, wir reisen jetzt, Masjaf sind wir ja, jetzt reisen wir nach Akon, Damaskus. Ja, da haben wir eigentlich nichts mehr verloren. Da sind wir fertig, da sind wir durch. Jetzt kommt Akon an die Reihe und wir reisen natürlich direkt ins Büro. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Na ja, also mit Abwehren, da bin ich nicht so... Kurzschwert und Abwehren ist irgendwie wirklich... Okay, es lädt verdammt lange. So, dann reden wir mal. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter, ihr? Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Okay, also. Jetzt entschuldigen sich auch alle, alle, alle bei uns. Aber trotzdem, es waren ja wie wirklich unsere Fehler. Dass wir den alten Mann erstochen haben. Beziehungsweise, was heißt wir? Wir spielen hier ja nicht First Person, sondern Third Person. So, hier wird gar nichts gemacht. Hier werden keine Bürger gerettet. Hier wird eigentlich hauptsächlich das Spiel fertig gemacht. Den AC2 schaffe ich garantiert nicht mehr vor NFS Rivals. Das sind ja nur noch zwei Wochen. Ein bisschen weniger sogar. Und so gut ich das Spiel halt auch kenne, ähm, es dauert halt sehr lange. Was haben wir denn als Klinge ausgewählt? So, nicht bevor du dich vergisst, ne? Mal was anderes. Okay. Okay. Geil. Du heide, jetzt wirst du sterben. Okay. Jetzt wohin? Wo, 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 wo? Na, toll. Ihr könnt euch nicht von mir verstecken. Ja, hier sind lauter Franzosen. Das lustige ist ja, der Hafenmeister und was er auch immer ist, ist Deutscher. Lol. Kann man da ja echt nur sagen. Aber egal, Franzosen können mir nix. Und wie so klatscht da jemand irgendwas? Fähre Flucht, der Feigling, sagt gerade die. Ha? Okay, dann. Ich würde mal behaupten, raus und... Ja, na toll. Na, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Wo muss ich hin? Da rüber, ne? Schon der richtige Turm, der hier, ne? Gut. Oder nee? Nee, das ist gar nicht der Turm. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ich hole mir deinen Kopf. Zack. Und nochmal ein. Ha. Geht, bevor wir raus, ne? Ja, geil. Das ist mit mir, du nah. Das ist mit mir, du nah. Erwärmlich. Nein. Toll. Abwehren ist es gerade irgendwie nicht. Wie immer. Nächstes mit dir, du nah. Ah, toll. Ja, ich werde wahrscheinlich echt sterben hier. Unglaublich gegen Franzosen. Ja, Türmerklimmen ist erst mal nicht. Oh, Mann, ich muss mich hier echt mit Franzosen streiten. Unglaublich. Wie langsam... Nee, das ist echt ein bisschen langsam. Irgendwie das desynchronisiert, Mann. Oder kommt es mir nur so vor, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Was ist das, jetzt muss ich nochmal dies... Oh, das ist ja schrecklich. Nee, halt, jetzt habe ich den wieder demarkiert. Ach, Mann, 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 Mann. Oder kann ich hier irgendeinen anderen Turm besteigen? Erklimmen? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Ihr wollt es? Ich hab es! So, wo gibt es denn hier nochmal einen Turm? Das ist doch nicht der einzige Turm hier im Bezirk. Oder? Da ist doch noch zum Beispiel ein Turm. Stuttwache. Informierte Wachen, informierte Wachen. Überall informierte Wachen. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Ja, er ist doch da, hey. Wo kletter ich denn hier hoch? Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, hochzuklettern. Blöwitt. Naja, toll, wie immer auf den letzten paar Millimetern. Er kommt, kletter höher. Scheiß werde dir. Das werde dir. Zack. Da freut mich hier einer von hinten angreifen. Unglaublich. Oh, Mann, 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 Mann. Mit dem Langschwert wurde das garantiert nichts. Oh, Mann, 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 Mann. Gibt's das? Das ist unglaublich. Ich komme nicht auf den Turm hoch. Immer wieder werde ich hier erwischt. Da hinten muss ich auf jeden Fall hoch. Zack, zack, zack. Komm. Runter mit dem. Komm, die fliegen, kommen, die fliegen. Vom Dach runter. So. Ja, das denke ich auch. Wer flucht denn? Ja, 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 diesmal wird mit dem Tode bestraft. Das mal zuvor natürlich nicht. Nein, da habt ihr ja... Pfff. Ja, keine Ahnung, was die da haben. Auf jeden Fall. Da haben die nicht mit dem Tode bestraft. Nein. Nein, was, was, warum... Warum dahin? Das Fenster ist in der Mitte. Da kann er sich festhalten. Trotzdem daneben. Den Turm hatten wir, glaub ich, schon, oder? Muss ich dann anfangen, wenn ich hier... Hier gibt's auch keine Möglichkeit. Ich muss schon nach oben. Okay. Versuch Nummero zigtausend. Warum springt ihr dort rum? Fuck, logic, oder? Oder mach ich irgendwas falsch? Oder ist es einfach so? Nein. Ich mach wie immer irgendeine Kleinigkeit, irgendeine klitzekleine Kleinigkeit falsch. Krach darum immer runter. Du wirst sterben! Dieptal wird mit dem... Jawoll! Nach circa einer Million und ein Tausend... ...einhundert... ...elf Anläufen... ...endlich mal da oben. Pfff. Pfff. Tua! Ja, nirgends ne Flagge? Nö. Gut, dann eben nicht. So, wo synchronisiere ich? Oder einfach mal hier? Boah. Ah, ja, okay. Okay, und da kommt grad der Adler. Ha! Der Gockel, okay, okay. Den Running Gag kann auch fortsetzen. Was ist das hier an den Formantenherausforderungen? Dachrennen. Ja, das krieg ich wahrscheinlich hin. So. Dachrennen ist ja... Okay, deutsche Ordensflagge. Oh, und da hinten ist nochmal eine. Hol ich mir noch nicht... Da! Hol ich die mir. Was ist denn der Informant? Ach, da unten ist der Informant. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Okay, dann Dachrennen. Dachrennen auf den Dachrinnen. Oder rumklettern an den Dachrinnen. Kommt nicht näher. Trudus. Trudus. Schiepst mir away. Ich kann doch den hier. Hopp, hopp, hopp. Rup. Rup. Mach den verdammten Weg frei. Lass ihn nicht entheilen. Mach den verdammten Weg frei. Und lege euch mit der Flagsflagge. Lege euch. Oder ich lege euch über den Augen. Na, komm. Na, komm. Kletter. Kletter. Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Ja, glaub ich. Was ist das? Wohin denn? Wo ist denn der? Hey, lol. Da unten, oder? Oh, komm. Na, komm. Komm, Alter. Hier, da, rüber. Ja, toll. Muss immer so knapp und doch so fern sein. Dass ich das Ziel um ein Härchen verfehle. Oder was? Ja, natürlich. Hey, ist ja sonst nichts. Ich war ja hier. Aber Yolo. Ja, das glaub ich schon. Das glaub ich sogar verdammt stark. Das ist deutsch und französ. Natürlich. Attrape leu, attrape leu. Attrape leu. Das ist Attrape im Hang, oder? Oh, Mann. Der ist da. Die ist weg. Okay, was Trake heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mir grob vermuten. Wahrscheinlich soll es sowas in Schlachten heißen. Wie ein Tier. Ihr dürft nicht passieren. You show the pass. Ihr dürft nicht passieren. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, die ganzen Stadtwachen hinter mir, oder? Oder nur 99,9% oder so? Ah, ich glaube alle. Warum würde jemand so etwas tun? Nun, warum nicht? Ihr stellt euch die Frage, glaube ich, endauernd. Milady, ne? Ist doch immer eine... Ne, ist... Ist, glaube ich, auch manchmal eine Männerstimme. Aber die ganzen Leute, die stellen sich anderen ein und dieselbe Frage. Und ich sage auch, endauernd, es ist dieselbe Antwort. Oh, 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 oh. Laufen hält fit, ne? Solche Dinge denkt man natürlich nie.